Hallo, ich bin Martin von ManiMankies, das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 6.208.2021. Ist noch nicht mal ungewohnterweise noch nicht der Monatsschluss. Der wird erst Anfang nächster Woche gesetzt, aber der August nähert sich so langsam seinem Ende. Der Donnerstag war auf jeden Fall mal ganz bewegt. Jetzt muss man sagen, wenn unser DAX hier vorhat, seinen Monatsschluss vielleicht noch in so rot reinzudrücken, um die statistische Wahrscheinlichkeit zu erfüllen, ist Augustmonate im Durchschnitt eher negativ belaufen, dann muss er noch knapp 250 Punkte nach unten durchziehen. Es ist noch ein Stückchen, aber hat auf jeden Fall oben raus weiter verweigert. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, dass er jetzt unter der 8,50 Uhr mal liegt, dass das zumindest ein erstes Zeichen wäre. Wenn er da jetzt noch drunter müsse, wenn er drunter ginge, hat man gesagt, würde er noch bis 800 bis 887 gehen. Und wenn er da runter geht, auch bis auf die 770 zurück. 700 hat er dann getroffen, ist auch klar deutlich drunter eröffnet. Also die zwei Optionen haben wir ihm gestellt. Entweder er schiebt sich hier direkt nach oben ganz schnell zum Start und geht oben drüber. Das war die eine Option, über die wir gesprochen haben. Die andere Option war, der geht hier nach unten, fällt einfach weiter. Ja, im Zweifel bis 770. Das hat er erfüllt, hat es auch erreicht, hat die 670 aber noch nicht abgeholt. Erstmal das bei der 700 gelassen. Das ist so gesehen auch nachvollziehbar. Ich glaube, in der Textanalyse hatte ich das auch geschrieben. Aber ich glaube, wir haben es auch im Video gesagt. Die 700 ist mir fast die wichtigste, so wie die 780. Oben 780 und 700, das waren hier unten die wichtigsten gewesen. Die sind beide angelaufen. Und man muss sagen, dieses typische krasse Auskontern, was wir die ganzen letzten Monate, Wochen immer wieder am Donnerstag gesehen haben, hat nicht eingesetzt. Ganz im Gegenteil, der hat sich ganz schön noch hängen lassen. Der hängt hier wie so ein Schluck Wasser. Wie so ein Schluck Wasser noch kurz am Band, hat zwar das Rausbrechen hier aus dem unteren Band gut abfangen können, aber das hat nichts geholfen halt. Das Band hat sich trotzdem nach unten deutlicher aufgedreht und gibt ihm dann jetzt Spielraum. Also zum Freitag wäre jetzt denkbar, ein tiefer Start nochmal reinzukommen, um die 690 rum, knapp hier und an und die 700 nochmal ranzustellen auf die A hier vielleicht. Und sich gegebenenfalls von dort nochmal zu erholen, um später dann die 670 nochmal anzulaufen. Die würde ich jetzt am Freitag noch im Blick behalten. Die sind hier auf roten Kerzen unterwegs. Tageskerze dürfte auch rot geworden sein. Wenn auch, ja, wenn auch mit deutlicher Lunte dran. Also hier sind wir reingekommen, da sind wir rausgegangen. Das ist also Lunte an der Tageskerze. Gucken wir vielleicht mal zuerst rein, bevor ich weiter erzähle und mich vertue. Naja, er ist auch unter dem mittleren Band durch. Das würde ich gerne sehen, dass der da drunter ist. Und von daher, ja, das war jetzt, sieht erst mal nach Tendenz weiter fallen aus. Da haben wir natürlich nie garantiert, ne, kennt ihr. Statistische oder, oder ich sag mal, charttechnische Analyse ist immer eine Betrachtung von Wahrscheinlichkeiten. Ja, wir können nie, wir wissen, ich weiß auch nie zu 100 Prozent, was morgen passiert. Ja, ich kann bloß immer so sagen, also wenn in die Richtung oder wenn dort, dann, ähm, also klare Wenn-Bedingungen, ne. Wenn er das eine macht, dann macht er das andere üblicherweise. Und das ist auch okay, da kann man sich immer mal ein paar Punkte holen, muss nicht immer überall alles mit dabei haben und auch nicht überall mit dabei sein. Das sollte nicht unbedingt der Anspruch eines jeden sein, sonst, ähm, macht man sich selber nur Druck und dann handelt man am Ende nur Käse und verliert. Und, äh, das wollen wir ja nicht, ja. So, und von daher, ähm, kann ich hier sagen, also Short-Positionen hätten zum Freitag schon noch einen Vorteil. Das klingt ein bisschen, ähm, da zuckt der ein oder andere wahrscheinlich direkt mit der Augenbraue, weil Freitag in den letzten Wochen, Monaten, durchgängig immer dafür gesorgt haben, dass die, die Wochenkerze wieder grün wird. Aber, ähm, stand dem Bild kann ich das nicht, kann ich das nicht geben, ja. Also, da bräuchte ich den DAX halt tatsächlich zum Freitag oberhalb von einer 8, 20, 8, 40. Mach, 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 mach der das gerne dann hoch bis 900 wieder, ob wir sie wieder hoch bis 9, 20, ähm, dann kann er wieder ran an seinen Wocheneröffnungsniveau. Das war ja knapp um die 900 rum, dann ist das auch okay. Und dann kriegt er natürlich auch für den Montag nochmal eine übelste Chance, oben rauszubrechen. Aber solange der jetzt da unter, unter 8, 20, unter 8, 40 bleibt, dann, ja, dann, also, pff, der soll halt runter, ne. Also, wir haben die fallenden Hochs drinne, wir haben fallende Tiefs drinne, da jetzt noch ein Tief dahinter zu stellen. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Alles, was er dafür tun muss, ist hier eigentlich jetzt weiterzuarbeiten. Unter der 7, 50 weiterzukommen, ähm, ran die an die 700, 6, 70, das ist so der nächste Zone, also weiterhin, ja. Die kennt man von gestern, 600, äh, die 15.700 bis 15.670 schon nach runterkommt, dann der Bereich hier um 600 bis 5, 75, 5, ne, 5, 70 ist es jetzt zum Donnerstag dann, wo dann hier diese alte rote Trendlinie liegt. Na, auch die ist nochmal eine Unterstützung. Ähm, wenn ich das richtig sehe, ist hier auch noch ein offenes Gap drin, das ist zwar ein kleines, aber das ist offen, um 5, 83, das heißt, das wären alles schöne Ziele, wenn jetzt die 6, 70, 700 brechen sollte. Die ist aber zum Freitag auch erstes Mal Widerstand und für den Freitag wird es vollkommen reichen, wenn ihr hier einfach draufsetzt und dann zur Seite raus eiert. So wie ihr das Dienstag und Montag und Mittwoch gemacht habt, einfach ruhig, bisschen zur Seite, letztendlich sind wir auch zum Donnerstag, ja, da bin ich ja zur Seite gelaufen, ne. Es ist nicht so viel Punktdifferenz zum Open da gewesen, aber wir stehen trotzdem deutlich tiefer als gestern, deutlich tiefer. Ja, und damit hat die Woche schon ganz schön abwärts drauf, rote Wochenkerze, fallende Hohes, fallende Tiefen, kann ein bisschen kleinen Trendwechsel einleiten. Na, wenn er da jetzt noch hier drunter macht, nimmt das Ganze vor, man, und wenn er mir dann noch unter die rote Linie abschmiert, kriegt er so ein So-Risiko auf die Unterseite verpasst, dann tritt nämlich die Chartlack auch wieder ins Negative. Hier ist sie für mich noch nicht negativ, das ist eher neutral noch, ne, aber wir haben es in einen starken Bullen-Ausbruch gekommen, ähm, dieser Bereich hier ist Rücklauf, das ist dann das hier, das haben wir gesehen, da ist er noch nicht drunter, das hat er noch nicht gepackt. Damit ist der Rücklauf erstmal, okay, im Zweifel könnte es auch ein Doppelbooten werden, wieder oben raus, na, das ist mir noch zu früh, um hier jetzt zu krass negativ zu werden, das gibt die Chartlack auch noch nicht her, aber ich sag mal, wenn der jetzt noch ein Tiefdach reinkriegt, dann ist das schon gut, ja, ist das schon gut. Und wenn der nach unten die rote Linie und die 55, dann wird es langsam richtig wieder interessant auf der Unterseite. Okay, also fassen wir zusammen, oberhalb von 820, 840 Chancen zu 900, über 900 Eskalationsspielraum bis 16, 22 und mehr, dafür ist er mir aber ein bisschen zu schwach, wir denken, da wird schon eher mehr Probleme haben, dann hier an der 880, 900 durchzukommen. Und ansonsten haben wir unten nochmal Unterstützungsbereich 700 bis 670, der kann auch nochmal halten, der kann auch nochmal genauso gegenreagieren, wie er das zum Donnerstag getan hat. Und was tiefer geht, geht für mich rein in die 600, was haben wir hier, 583 vor uns gesagt, 570, da wird es 55, die Zone so zwischen 600 und 45, das wäre für mich eine schöne Zielzone, das ist für Freitag, wenn er unten weiter liefert. Und dann brauchen wir mehr gar nicht erzählen, das sind die Knackpunkte, das sind die wichtigen Zonen, in denen wir liegen. Oben haben wir natürlich den Gap-Close hier bei 840, darf man nicht ganz vergessen, ich sag mal eine schnelle Eröffnung nach oben, Gap-Close und dann wieder runter, ja, das ist so grundsätzlich möglich, aber nein, wäre eher unpassend, würde komisch auch im Bild aussehen, wenn er da jetzt, ich glaube schon, wenn er da über 820, 840 geht, wenn er das Gap oben zu macht, bestimmt auch zur 900 hoch. Das glaube ich schon. Von daher würde ich ihm hier, der soll unter seiner 7, der soll unter 820, 840 bleiben, am besten sogar unter 87 bleiben, dann hat er unten eine schöne Spielfläche zur 700 ran und 670 und wie gesagt, kennt ihr, wenn die bricht, bla bla, habt ihr alles jetzt dreimal gehört. Von daher, ich mache hier zu, wünsche euch damit noch einen schönen Freitag und ein erholsames Wochenende schon mal, für die, die mich dann erst wieder am Sonntag hören. Und von daher würde ich sagen, bis zur Montagsanalyse und lassen wir denen ja mal Freitag zeigen, was er kann. Muss man mal gucken, also zum Donnerstag haben wir schon gesagt, Donnerstage schlagen gerne extrem hoch, haben gesagt, oben Platz bis 9, keine Ahnung, unten durchaus Platz bis 770 und ich habe das gesagt, ich könnte mir das schon vorstellen, dass er diesen Donnerstag das nicht macht, dass er diesen Donnerstag sich unten rauslegt, weil Montag, Dienstag, Mittwoch so komisch war. Ja, und das würde mich nicht wundern, wenn der Freitag sich auch unten bewegt. Der muss nicht, in meinem, im Bild, was ich vor Augen habe, muss er nicht steil runter. Das würde vollkommen reichen, wenn er seitlich runter macht, dann das 700, dann auf die letzte 21 bis 22 Uhr Kerze noch mal ein bisschen nach oben zieht, sodass die Leute denken, ah, jetzt dreht er ja doch noch wieder hoch. Und dann nochmal einen Abwärtsgib zum Montag rein und dann wird das, wird dann langsam ein richtiger Schuh hier draus halt, ne. Gut, also, ich mache zu und wir hören uns bis, ja, wir hören uns am Sonntag wieder. Bis dahin, tschüss.